So Leute, dritte Aufnahme, Richard, du hast die Tastatur-Sperre gedrückt. Ja, dein Handy ist total anders. Du weißt schon, dass es noch eine Runde ist. Du weißt ja noch, dass es noch eine Runde ist. Die nächste Runde fülle mich auf. Was? Nimmst du auf? Gut, auch so lang wie ich. Mach doch. Ja, es kommt noch ein neues Video, weil Kado2G, auch von dem Senta hier. Ja, schauen wir jetzt mal weiter. Boah! Boah! Wirf nicht! Eins! Die goldene Eins. Boah, jetzt ist mir nicht sauer. 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 Komm, komm, sei sauer. Boah! 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 Wir suchen jetzt gerade auf die Eins. Launz? Die Nummer Eins. Nummer Eins ist auch gut. Nummer Eins! Echt jetzt? Echt jetzt? Wird nix. Ich sag nur ne Ansage. Eine Ansage, sonst mach ich nochmal extra was. Egal. Und? 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 So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wie gesagt, Übo macht die Meister. Heute habe ich echt einen Pech dran, Alter. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh mein Gott! Nix! Nehm doch keine Speere! Die Kugel hat gerade ziehbar! Wie schnappt der Lass uns schon raus? Auf Null! Alter! Wut anfallen! Ups! Wie schnappt die Luft mit dem Lass aus! Wunder! 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 Ich denke, mit Garners. Das ist auch schon mal. Musik Neun. Richard, ich glaube, die Leute hinter uns haben dann nach hier die Bahn reserviert. Es hält praktisch, wenn unser drittes Spiel vorbei ist, müssen wir dann hier weg. Aber hat auch Spaß gemacht, oder? Ja. Du bist an. Was, ich? Ne, ich? Aber warte, du wolltest mit deinem Handy aufnehmen. Da hat's mit meine Aufnahme und wir sehen uns bei Richards Aufnahmen wieder. Tschau.